Ich bin Paul von WatchMode Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 Horrorfilme, in denen das Böse gewinnt. Für diese Liste betrachten wir Horrorfilme ohne Happy End, da wir dafür einige wichtige Handlungspunkte besprechen, seid ihr hiermit vor Spoilern gewarnt. Fällt dir ein weiteres Beispiel ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. 10 Die Nacht der lebenden Toten Über den Gesellschaftskommentar des 1968er Zombieklassikers von Regisseur George Romero ist schon viel geschrieben worden. Die Besetzung von Duan Jones in der Hauptrolle als Ben gilt heute als fortschrittlich für die damalige Zeit und Kritiker sahen das tragische Schicksal der Figur als besonders resonant. Im Finale scheint der einzige Überlebende Ben diese Nacht des Schreckens unbeschadet überstanden zu haben, nur um dann von einer Gruppe von Zombiejägern vor einen der lebenden Toten gehalten und getötet zu werden. Es ist ein echter Schlag in die Magengrube und dieses hohle Gefühl mit dem man zurückgelassen wird, wird nur noch mehr verstärkt durch die Einstellungen von Leichen der Gruppe, die dann verbrannt werden. Nr. 9 Sieben Die meisten Horrorfans wissen mittlerweile schon, was am Ende von David Finchers Krimi von 1995 in der Box ist. John Doe, gespielt von Kevin Spacey, hat grausame Verbrechen begangen, die von den sieben Todsünden inspiriert wurden. Aber auf dem Höhepunkt des Films nimmt die Polizei ihn in Gewahrsam und beendet scheinbar seine Terrorherrschaft. Das heißt, bis Dows letzte Akt Detective Mills, gespielt von Brad Pitt, den letzten Rest gibt. Als Mills erfährt, dass der Kopf seiner Schwangerin vor Tracy in dem Karton ist, wird Mills zur Verkörperung des Zorns. Er erschießt Dows-Charakter und vervollständigt damit effektiv den Plan des Serienmörders, als Märtyrer zu sterben. Mit diesem letzten Blutvergießen kommt die düstere Erzählung von 7 zu einem noch düsteren Abschluss. Nr. 8 Blair Witch Project Blair Witch Project hat bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1999 mit sehr wenig, sehr viel erreicht. Der Film, der mit einem knappen Budget produziert wurde, sorgte mit einer hervorragenden viralen Marketingkampagne für Aufsehen, die das Beste aus einem frühen Internet machte. Ihm wird zugeschrieben, dass er den Found-Pudage-Stil populär gemacht hat, der 1980 von Cannibal-Holocaust eingeführt wurde. Und er lieferte ein ähnlich düsteres Ende. Darin werden die dunkle Umgebung und die verwackelte Kamera perfekt genutzt, als Heather, Mike und Josh ihren Wunsch erfüllen, die mythische Blair Witch zu treffen. Das Bild von Mike, der in der Ecke stand und Hevers gequillte Schreie, die verstummten, verfolgten die Kinobesucher jahrelang. Nr. 7 The Witch Das Ende von The Witch schien das Publikum zu spalten. Einige Zuschauer wollten ein mehrdeutiges Ende, andere eine fundierte Begründung für die übernatürlichen Vorgänge im Film. Oldschool-Horrorfans erhielten jedoch eine zufriedenstellende und gruselige Sequenz, die die okkulten Elemente des Films umfasst. Diese wurden zuvor weitgehend außerhalb des Bildschirms gehalten. Black Phillips ist tatsächlich der Teufel und er führt die letzte Überlebende in seinen Hexenzirkel ein, nachdem ihre Familie dezimiert wurde. Die endenden Bilder von Satan und seinen Schergen, die lachen und in die Nacht fliegen, sind albtraumwürdig. Sie sind eine wahre Rückbesinnung auf das goldene Zeitalter des Horrors. Nr. 6 The Descent – Abgrund des Grauens Hierfür nehmen wir das im Vereinigten Königreich gezeigte Ende. In dieser Version halluziniert Shauna McDonalds Sarah Carter, dass sie ihrem tödlichen Höhlenforscher-Abenteuer entkommt, nur um dann zu enthüllen, dass sie die Höhle tatsächlich nie verlassen hat. Sie steht kurz davor, die letzte ihrer Freunde zu sein, die den Crawlern zum Opfer fallen. Es ist ein frustrierender Moment, der uns erschüttert und verstört. Aber es ist kein Moment, den das amerikanische Publikum sehen konnte. Stattdessen bekam diese ein zweideitigeres Ende, indem Sarah aus der Höhle entkommt und in ihr Auto steigt, nur um stattdessen einen Jumpscare von Nathalie Mendezos' Jono Kaplan zu halluzinieren. Buh! Nr. 5 Hereditary – Das Vermächtnis Aaaaaaah! Okay, vielleicht habt ihr mittlerweile genug von Downer Enden. Aber schnallt euch an, wir haben noch 5 Stück vor uns. Hereditary aus dem Jahr 2018 begeisterte das Publikum und Kritiker mit einem sorgfältigen Balanceakt, der bodenständige Trauer der Stellungen mit einer Hingabe an den schockierenden, übernatürlichen Horror der alten Schule kombinierte. Insbesondere das Ende lieferte letzteres. Von Annys entnervender Besessenheitsszene bis hin zu Peters Krönung zum König eines neuen okkulten Zirkels. Charlie. Es ist dunkel, es ist beunruhigend und es hat keine Angst Grenzen zu überschreiten. Sowohl mit seiner grafischen Ausführung, als auch mit seinem schonungslos deprimierenden Ton. Mit anderen Worten, erwartet kein Hereditary Franchise oder sonstige Fortsetzungen. Nr. 4 Das Omen Wie könnte man einem Kind das Leben nehmen? Das muss sich der Diplomat Robert Thorn fragen, als er herausfindet, dass sein Adoptivsohn tatsächlich die Ausgeburt Satans ist. Das Omen stellt dem Publikum bis zu seinem aufregenden Ende die gleiche Frage, als Robert seinen Sohn Damien zu einem Kirchenaltar bringt, um den Antichristen zu töten. Thorn bittet Gott um Vergebung, enthält aber keine Chance die Tat zu vollenden, bevor er von der Polizei erschossen wird. Der Film endet damit, dass der junge Damien siegreich ist, sanft in die Kamera lächelt und uns wissen lässt, dass er der Erfüllung seines unheiligen Schicksals einen Schritt näher gekommen ist. Nr. 3 Rosemary's Baby Rosemary's Baby ist ein weiterer Horrorklassiker, der mit seiner Handlung leicht den metaphorischen Weg hätte gehen können. Stattdessen entschied er sich dafür, seinen Titelprotagonisten buchstäblich um Teufel angreifen und mit seinem Kind schwängern zu lassen. Roman Polanskis Adaption von Ira Levins Roman ist jedoch keine bloße Ausbeutung. Sie untersucht Schwangerschaft, Neurose und Frauenrechts in einem Horrorkontext. Das Ende, in dem Rosemary's Baby von einem Hexenzirkel aufgenommen wird, wird dadurch nicht noch einprägsamer, dass wir das Kind nie wirklich sehen. Rosemary's entsetzte Reaktion und dann zögerliche Resignation mit ihrem Status als Mutter des Antichristen sprechen jedoch Bände. Nr. 2 Die Dämonischen Philipp Kaufmanns Klassiker von 1978 ist eines der besten Horrorremakes aller Zeiten. Eine nahezu perfekte Verschmelzung der inneren Paranoia des Jahrzehnts mit Sci-Fi Körperhorror. Der Film ist auch in Bezug auf sein Ende typisch 70er. In diesem Jahrzehnt begannen sich Filme aller Genres von den ordentlichen Enden der alten Zeit abzuwenden. In Die Dämonischen bewegen sich die außerirdischen Schoten schnell in Richtung einer totalen Assimilation der Bevölkerung, wobei nur zwei unserer Charaktere scheinbar überleben, indem sie so emotionslos wie möglich bleiben. Die Enthüllung ist jedoch erschreckend spektakulär als der neu assimilierte Matthew Nancy anheult. Dieser Finger und der erschreckende Gesichtsausdruck haben sich für immer in unser Höhen eingebrannt. Bevor wir nun unsere Nummer 1 verraten, sind hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Spurlos verschwunden. Unser Protagonist wird lebendig begraben. Die Götter erwachen. Hellfest. Vom Killer zum Familienmann. Wreck. In die Dunkelheit gezerrt. Drag me to help. Steht halt im Titel. Jeepers Creepers Der Creeper bekommt sein Opfer. Bevor wir nun fortfahren vergesst, nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1 The Wicker Man Es ist eines der dümmsten Enden aller Zeiten. Vergiss diesen Nicolas Cage Unsinn. Wir besprechen den OG Wicker Man von 73. Ein Horrorfilm, der keinen Hehl macht, seinen Hauptprotagonisten einfach so zu töten. Oder tut er das? Edward Woodward's Sergeant Howie wird von Anfang an als misstrauisch gegenüber dem heidnischen Glauben gezeigt, da er eben christlich erzogen wurde. Demnach haben die Dorfbewohner aus ihrer Perspektive das Gefühl, dass sie nichts falsch machen. Das mindert jedoch nicht die Auswirkungen, wenn der Charakter, dem wir gefolgt sind, getäuscht und schließlich von einer ganzen Insel von Verschwörern geopfert wird. Der Klang von Howies letzten Bitten an Gott um Gnade, die aus dem Inneren des Wicker Man übermittelt werden, während er lebendig verbrannt wird, wird euch verfolgen. Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.